Ich weiß nicht wie ein Mensch zu töten würde. Ich weiß nicht wie ein Mensch mich nix nicht, aber wie ein Mensch sich nix hätte. Ich Representiere im Film der Hand. Jaa, Nyingkaga. Hab ich das nicht? Ne, brauch ich das nicht aus. Schauen sie mal, ich weiß. Ach, das hab ich! das macht trotzdem ein bisschen angst das bürgermann das wirkte wie als wenn es klein menschen führten würde ja was nennt man Fantasie verdammt aber warum kommt das so oft das gibt's doch nicht ich nicht endlich zu jemanden hängen also beute okay höhentur warten sichern ja ja das ist richtig sicher Ach nein, man kann wieder nichts machen. Okay, wo muss ich dann lang, wenn man sowas frage? Fragte er und wusste nicht die Antwort. Ja okay, da kann ich damit leben. Das gibt's doch. Wir gehen einfach oben lang. Warten, ach, hier rutschen, komm mal lang. Ui, Spuren im Sand hinterlassen. Ui. Kommen wir irgendwie drauf? Nein. Aber wir schauen mal ganz fix. Puken, na, wie. Irgendwie müssen wir noch da hochkommen. Puken, na, das wäre jetzt blöd. Da ist der Hins. Ich komme aber nicht weiter. Ach, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Jetzt, jetzt, jetzt hab ich's. Warte mal. Warte mal, ist hier nicht auch irgendwo ein Seitenplatzgang? Nein. Wir, wir, wir haben uns nicht. Nein, nirgends etwas. Oh, danke. Ähm, ja, okay, wir können klappen. Ich hab das Gefühl, egal was ich klickte, wir werden e-klappen müssen. Let's go. Tackle. Oh, Level 13 gegen Level 13. Hm. Warum sind meine Pokémons immer verwirrt? Das finde ich so blöd. Genau so ist in der roten Edition, dass man nie einen Sandan fangen konnte. Das hab ich beneidet. Ich wollte dieses Sandan irgendwo mal fangen. Und nein, das freute man ja nicht. Das hat mich immer sehr gestorben. Oh, Gekka-Burt. auch nicht umgekehrt wir kommen schon Absorber Jahr Alta 9 9 in der Haare in der Kammel lieber dabei und gehört jetzt muss das so muss nicht das Bogen schaffen wir sind am Ende Jupp, wir sind dann am Ende. Das ist fehlende Vorbereitung. Äh, ich bin doch nur abgelehnt. Äh, ja. Ja, okay, muss ich mein Flurummel machen. Wow, habt ihr gesehen, wie du ein Ding, was gezogen hat? Nichts. Alter, das ist meine Freundin. Dumme Freundin, richtig. Ich hole jetzt erstmal Pokémon. Ah, jetzt lässt... what? What the hell? Jetzt lässt es nicht durch. Nein. Nein. Fick dich, ich will nicht gegen die Kämpfe. Wupp, wupp, wupp dich, wupp dich, wupp dich. So. Loll, einfach mal. Hörerjumpen. Und der nicht hier. Hey, hey. Na, ha, 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 ha. Lalalalalalalalala. Ja. 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 los geht's nöner nörner nöner interessiert sich alle schon im wusserlern wagen wundern umgott jetzt haben wir schon wieder 36 Minuten ich hab jetzt durcheinander aufgenommen ja unwillig angekommen wenn ich auch die aufnahme sofort also ich wünsche euch noch viel spaß das welt der zweite part wir denken ich mal etwas länger ich weiß noch nicht oder jetzt geht es direkt weiter als schlage ich um und ich wünsche euch jetzt ganz einfach nur viel spaß helft uns mit positiver kritik oder bis ein konstruktiver gepäck und weiter zu kommen helft mir tipps also schreibt bitte tipps in die kommentarbox und wie ich wenn ich viel besser weiterkomme oder aus jetzt ich ja da war ich jetzt einfach mal viel spaß eigentlich weil ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr viel machen ich gehe jetzt hier noch für diesen vorkes ein doch heilig und werden dann auch schon die aufnahme weil es aber 37 minuten vielleicht bei euch etwas weniger sein die grunde ja ich stelle mich hier davor und sagt einfach ich will euch das nächste mal wieder begrüßen und sagt ganz einfach dann mal schön mit öl herzlich willkommen zum zu einem neuen part neuer aufnahme session let's play smaragd ich glaube wir sind sie stehen geblieben keine ahnung ja toll bitte bitte nicht kämpfen ich bin ah ok alter sie ist ja gar nichts halbes labyrinth ich glaube das ist so der sinn davon dass man hier ich glaube ich habe mich verlaufen oh ich will auch so ein pokémons besitzen ähm ja erstmal dings einsetzen ja ich nehme jetzt hier schon mit neuem mikrofon auf dürfte glaube ich auch besser sein als das vorherige alles das hätte ich habe das hätte jetzt bloß noch als sagt jetzt am besten als ich kann ich kann mich ganz schlecht ausdrücken ich habe das jetzt bloß noch als mir so gut ich habe das jetzt bloß noch als kopfhörer ja und sonst bräuchte ich kann ja ok sinneberg ok habe ich gehört man kann das jetzt auch so machen ja gleich mal herausfordern wenn wir es nicht schaffen ist es nicht so schlimm gut wir werden es nicht schaffen obwohl das ist kampf pokémon da komme ich eigentlich relativ gut an mit was so ich habe gerade eben Fehler gemacht ähm aqua knarre gegen das pokémon das bringt zwar online nicht gerade schlag o nah man ganz fix noch einmal aqua knarre also ich kann euch nur empfehlen wasser pokémon zu nehmen weil ich bin in diesen in den ersten zwei medite medite die verarschen mich eben gerade medite das ist ein super endgeiles pokémon das hatte ich in ich glaube ich habe vorher ich habe mal war das perl ich glaube es ist vor perl als ich das mal fix gespielt hatte den pokémon war eigentlich und könnte man einiges erlernen hatten wir auch getauscht ich war hatte gerade mal zwei ordner oder so oder ein orden und da hatte mir halt ein freund das pokémon getauscht hat er natürlich leider nicht mehr reagiert das war naja das war nicht so super aber einfach mal aqua knarre drauf okay okay ich gebe dir jetzt ein super trank gut und guckt sich für alle oder ja okay ich kann es sagen ich habe jetzt hier eine playlist eine kleine reingebracht ich werde mal schauen ob ich irgendwo und hier gottik musik her bekomme weil die die immer am besten geht weil die johann aber ich bin ich bin so episch bitte keinen blingend noch ein pokémon was waren gesichter ich kann nicht mal das ist hier stärke nee das bringt gar nichts okay oh ja ich bin arenameister gefällt mir cool gefällt mir ja vm blitzt außerhalb des kamps anwenden ja tm08 was ist das ist glaube ich überwurf ne protzer ja gut wer braucht das okay ähm oh hier waren überall gegen wen habe ich gekämpft aber gegen sonst niemanden anders ähm da unten standen auch welche waren einige in der arena so heilen wir arsch bei den pokémons und ich weiß auch wo wir eigentlich gehen müssen wir haben jetzt schon wieder sechs minuten ah blöder arsch ähm ja wie gesagt ich wollte jetzt einfach mal so aus spaß mit meinem mikrofon aufnehmen ich glaube das habe ich auch gemacht also ich werde jetzt noch zwei minuten ungefähr aufnehmen ich kann ja über 15 minuten hochladen ich habe ja auch das aktiviert durch sms und ja wollen wir hoffen dass das gut geht und ich habe ganz die ver oh verdammt verdammt sind übrig längst sofort zur zerstäckdose nein ich musste ich retten überlebe es ja ich glaube das ist typisch nee das reibe ich jetzt nicht an ja okay ich habe zumindest schon mal das co okay kleinstein acht schweiß drauf kann man zimmer fix fangen na ja doch ne georock brauche ich auch nicht wenn das natürlich jetzt kommen würde hätte ich schon längst super gut könnte ich vielleicht mal zu wird ist zum pokémon dass uns an jeder ecke irgendwo ich speichere mal ganz kurz ich glaube da müsste auch gleich in die Playlist um sein und wir haben es schon über über so und so viele minuten jetzt schon auf aufgenommen und ich nehme ich hole mir noch fix das pokémon hier sieht genial sind jetzt auch schon die Playlist zu ende jetzt müsste er mich hier mal so ertragen oder ich habe noch fix was dran müsste muss ich mal schauen ich würde gern das pokémon hier noch fix fahren oder stoppt was er wahrscheinlich ist und ja ich will endlich fix was die aufnahme session hier beenden schnell raus hier so ich würde sagen ich speichere einfach mal hier und ja wünsche euch endlich noch guten tag das kommt jetzt an die siebte folge glaube ich dran und ja dann sage ich einfach mal viel spaß